Du denkst, dein unkonstandes Golfspiel liegt an dir? Nein, es liegt nicht an dir, sondern du hast ein fehlendes Bewegungs-Navigationssystem. Navigationssystem bedeutet, du weißt nicht und kannst auch nicht wissen, und wahrscheinlich darfst du aktuell auch nicht wissen, was, wann, wohin, wie weit, wie schnell in welcher Reihenfolge du dich bewegen musst. Es liegt nicht am Mentalen, aber wir machen Neurokognition. Das bedeutet Schwungprogrammierung in den Kopf plus motorisches Üben. Das beschleunigt deinen Lernfortschritt, deine Wiederholbarkeit deutlich und stärkt deine mentale Sicherheit. Gleichzeitig hat unsere Methode nahezu keine Scherkräfte. Wir reduzieren 99% aller Scherkräfte, somit hast du sofort mehr Power. Also weniger Fehler oder bis zu null Fehler, mehr Power. Das ist die Core Balance Free Release Methode. Wir unterrichten in der Golf Biomechanik Akademie. Und dein bestes Golf liegt in der Zukunft. Spare Zeit, spare Geld, spare Ärger und eliminiere Verletzungen. Spare Geld, spare Geld,revidence. Etage